Es versprach wieder ein schöner Tag zu werden. Wir fuhren Richtung Ranoch Station, also zum Ranoch Moor. Es war ein wunderbarer Ausblick. Noch waren wir ganz einsam unterwegs. Es war wirklich atemberaubend schön. Es war wirklich atemberaubend. Es war wirklich atemberaubend. Es war wirklich atemberaubend. Es war wirklich atemberaubend. Eine Eisenbahnstation mitten im Nirgendwo. Was genügend vorhanden war, waren Michis. Das war wirklich atemberaubend. Das war wirklich atemberaubend. Das war wirklich atemberaubend. Und genossen Kaffee und Tee an einem See, umgeben von Moor und Bergen. Ach, wunderschön. Das war wirklich atemberaubend. 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 So ambeiten auch an in der Nähe. Das war wirklich atemberaubend. Untertitelung des ZDF, 2020 Und dann ging es etwas südlicher. Hey, da kam uns diese coole Hecke in den Weg. Voll cool, ein Riesenhund aus Hecke. Hey, da kam uns diese coole Hecke in den Weg. Hey, da kam uns diese coole Hecke in den Weg. Hey, da kam uns diese coole Hecke in den Weg. Hecke in den Weg zu verbreisen. Hey, da kam uns diese coole Hecke. Hey, da kam uns diese coole Hecke. Musik Katrin versucht sich unauffällig an ein Kaninchen anzuschleichen. Aber irgendwie sind die Kaninchen jetzt alle weg. Von einem Baum getarnt. Ganz uneuffälligen Blick über die Schulter. Gut getarnt durch den dicken Baum. Kaum sichtbar für das Kaninchen. Das da hinten nicht genug sein müsste. Ganz vorsichtiges Umblick. Man kann sich nur noch umstunden nadeln bis sie Michis abgreifen. Wie scheint es es kalt? Ja. 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 Könige chimischu. Das Kanintchen war schneller. Nicht erwischt. Kein Essen. Ich kann die Lippe an. Bis zum nächsten Mal. Noch lammend im Hinterland und wenn lammend ist der höchste Gipfel da.